Yo Leute was geht, willkommen zurück zu Skull & Bounce. Wir haben heute, ich zumindest heute, einen gefühlten Money Glitch gefunden, weil der so broken ist. Ich verspreche euch, nach diesem Video habt ihr nie wieder Silberprobleme. Ich habe heute im Stream über eine halbe Million Silber gefarmt. Es ist verrückt, also wirklich crazy crazy und der eine oder andere von euch, ihr wisst es nicht, aber ihr sitzt auf unfassbar viel Silber. Und zwar gibt es ja im Spiel den Rum, den goldenen Rum, den Gin, das Opium, ihr kennt das, diese ganze Schmuggelware. Ich gucke mal hier gerade in der Brennerei, habe ich den Rum, gerade 182 und ihr seht da oben, 900 wird noch in den nächsten 3 Stunden und 50 Minuten hergestellt. Das kann ich mal mitnehmen. Und dasselbe gibt es ja auch mit Opium in Telok, Penjara. Und für jeden, der das nicht weiß, ihr könnt auch goldenen Rum und goldenen Gin herstellen. Wenn ihr hier am Buch, wir nennen das immer das Buch, aber eigentlich ist es hier der Schreibtisch. Wenn ihr hier das in der Verbesserung das allererste levelt, dann kommt ihr ab Level 7 dazu, goldenen Schädel rum herzustellen aus weißem Schädel rum. Und noch ein Level weiter, dann kommt ihr dazu, dass ihr aus Wacholderbeeren weißen Gin herstellen könnt. Und so weiter und so fort und da könnt ihr euch ja mal hier durchgucken, was da alles gibt. Aber das ist erstmal, ist nicht ganz irrelevant, aber ist jetzt erstmal für das Video irrelevant. So, wir nehmen jetzt einmal aus der Fracht den, nicht Segel sitzen, gefettfingert. Ich wollte nicht aus Segel, ich wollte in die Fracht. Und vor allen Dingen könnt ihr ja mal aus Spaßes halber hier nach Wert Gesamt sortieren. Und dann werdet ihr schon sehen, dass Rum und auch Opium sehr weit oben steht. So, wir nehmen jetzt mal den Rum mit. Ich kann gar nicht alles mitnehmen, wir nehmen mal 500 mit. Und dann könnt ihr diesen Rum verkaufen. Ihr werdet wahrscheinlich zu 99% nicht wissen, dass das möglich ist, weil man das, also man kommt da nicht drauf. Das wird einem auch nicht gesagt, das ist so dumm. Und zwar müssen wir zu Skurlock. Ihr könnt ja bei Skurlock, das wird der ein oder andere schon wissen, die langen Neuner kaufen. Für all die das nicht wissen, wenn ihr die Mission von Skurlock abgeschlossen habt, diese gelben Hauptstory Missionen und Piratenfürst seid und Zugriff auf das Imperium, also auf das Schmuggler-Imperium habt, dann kriegt ihr hier die Möglichkeit zu kaufen und zu verkaufen. Und hier könnt ihr einmal Skurlocks langen Neuner kaufen, ist was für ein anderes Video, dafür braucht ihr goldenen Schädel rum und hier auch noch andere Sachen kaufen, darum geht es nicht. Aber wenn ihr auf Verkaufen geht, dann könnt ihr weißen Schädel rum verkaufen und das könnt ihr nur bei Skurlock machen und bei der Piratenfürstin in Telok Penjara, aber da komme ich gleich zu. Ihr könnt hier bei Skurlock, wenn ihr den komplett abgeschlossen habt, den weißen Schädel rum für 100 das Stück verkaufen. Goldener Schädel rum sogar für 250 und man macht aus zwei weißen Schädel rum einen goldenen Schädel rum. Bedeutet, wenn ihr über Nacht, sage ich mal 1000 oder 2000 Schädel rum, einen goldenen Schädel rum macht und den dann verkauft, dann macht ihr nochmal mehr Profit. Aber jetzt in meinem Fall 500 weißen Schädel rum verkaufe ich für 50.000 Silber auf einem Schlag annehmen und kriegt 50.000 Silber. Und ich habe noch 500 in der Fracht und ich baue gerade noch 1000, habt ihr gesehen. Wir gehen jetzt einfach nochmal in die Fracht und nehmen nochmal 509 weißen Schädel rum mit. Das Ganze geht auch mit Opium. Das könnt ihr dann auch bei Skurlock verkaufen. Dafür gibt es bei Skurlock aber nur 50 und bei der Piratenfürstin in Telok Penjara gibt es 100. Und deswegen würde ich euch empfehlen, verkauft das am besten in Telok Penjara, wenn ihr in der Mission schon so weit seid. Ich habe die Hauptmission leider noch nicht beendet, deswegen kann ich das dort nicht verkaufen. Ich werde dann das Opium einfach bei Skurlock verkaufen für die Hälfte, ist mir egal. Aber alleine diese 1000 hier sind ja schon wieder 50.000 Silber, das reicht mir dann. So, wir gehen jetzt nochmal zu Skurlock und dann verkaufe ich nochmal 500 Schädel rum. Kaufen, verkaufen, zack. 50.000, bin ich bei 300.000 Silber. So, wieso ist das ein Money Glitch? Weil ihr durch zwei, durch eine Sache kriegt ihr unendlich viel davon. Aber wenn ihr mal in dem Ruderclub seid und hier an die Wand geht, dann könnt ihr die Versorgungswege abchecken. Und da gibt es die Möglichkeit Opium und auch Zuckerrohr zu kaufen an einer Insel. Ich habe die vier Aufträge aktuell gerade leider nicht. Aber die zu kaufen, gibt euch immer Silber. Weil ihr kauft das, ihr portet dahin, kauft das, portet zurück, baut daraus weißer Schädel rum und Opium und verkauft das. Und habt euer Geld verdoppelt, wenn nicht sogar verdreifacht, was ihr reingesteckt habt. Also das könnt ihr immer machen. Zusätzlich könnt ihr natürlich hier diese Versorgungsfahrten machen. Davon würde ich aber abraten, weil da müsst ihr hinsegeln und das dort bei einem Typen auf dem Wasser kaufen. Oder ihr könnt den auch abschießen. Das würde ich nicht machen. Aber was noch interessant sind, sind diese Angriffe hier. Und zwar gibt es hier Fortplünderungen. Die würde ich übrigens auch nicht alleine machen, sondern immer in der Gruppe. Wo ihr teilweise 400, 500, 600 Zucker oder Mohn oder Acholderbeeren oder sonst was bekommen könnt. Und ich habe heute zum Beispiel im Stream zweimal eine Fortplünderung gemacht. Dadurch zweimal das gleiche bei dem gleichen Fort. Und zwar hier unten bei... Ähm... Hallo, Karte? Äh... hier unten bei Grandford. Dort Level 12. Wir waren zu viert, haben es mit Ach und Krach geschafft. Aber wir haben es geschafft. Und da hatte ich auf einen Schlag 900 Zuckerrohr. War komplett überladen. Bin dann damit nach Hause. Und habe deswegen einfach nur durch diese eine Mission, weil ich diese eine Plünderung hier gemacht habe, über 90.000 Silber gemacht mit einer Plünderung. Also das könnt ihr dann hier auf jeden Fall auch machen. Ansonsten habe ich ja euch im letzten Silbervideo schon gesagt, dass ihr, wenn ihr im Auftragsregister Aufträge annehmt, ähm, vor Sankt An die Gegner besiegen könnt. Und diese Gegner geben euch auch Zuckerrohr und Mohn und im späteren Verlauf dann auch noch... Und auch noch Wacholder werden und Tabakwetter und so. Aber die könnt ihr ja nicht verwerten. Aber vor allen Dingen Zuckerrohr und Mohn könnt ihr dann wiederum hier in die, ähm, Fertigung stecken. Und dann auch über Nacht, so wie ich das jetzt hier auch habe, das dauert dann Stunden, ist ja auch egal. Lasst ihr das einmal durchlaufen. Nehmt den Rum da raus und verkauft ihn wieder bei Skurlock. Und so werdet ihr nie wieder Kopfgelder machen müssen. Nie wieder irgendwelche Plünderungen, außer natürlich ihr wollt irgendwie Zuckerrohr haben. Ihr werdet nie wieder irgendwelche Silberprobleme haben. Damit sollte eigentlich das Silberproblem gelöst sein. Ich habe heute den ganzen Tag meine Manufakturen, ähm, voll befeuert. War auf Null Silber und bin jetzt wieder bei 300.000 und alle meine Manufakturen laufen. Also, äh, das ist der übelste Manufaktur. Schreibt mir gerne eure Meinung unten in die Kommentare dazu. Äh, Shoutout geht da auch raus an den Twitch-Chat, der mich darauf aufmerksam gemacht hat, dass man die Sachen bei Skurlock verkaufen kann. Ähm, ihr müsst natürlich Piratenfürst sein, Zugriff auf die Manufakturen haben und auch die Mission abgeschlossen haben bei Skurlock. Aber dann könnt ihr dort einfach rumverkaufen und habt da unendlich viel Silber. Einfach mega nice. Ich würde mich wie immer über ein Follow freuen, selber ein Like würde ich mich freuen und sage bis zum nächsten Mal Leute, haut rein.